Ich muss später früh raus. Weiß ich nicht. Ein bisschen machen wir noch auf jeden Fall. Ob ich morgens streamen weiß ich noch nicht. Weil ich noch aufnehmen muss. Los, bau schneller. Das war schlau. Das Gehirn arbeitet auf jeden Fall schon nicht mehr so wie es sollte. Auch nicht gut. Okay, mach ich gleich. Ich muss eh umstellen. Hilfe, so. Oh, da fehlt noch ein Ärmchen. Und Strom. Fangen wir einfach mal da hin. Ja, Marc, lach mich nur aus. Ew. Was? Das war doch säga. Ja, Marc. da müssen wir ein bisschen umbauen und dann machen wir denn schon anderthalb stunden jetzt mit faktorio davor aber mal eine stunde oder über eine stunde bei wimworld mal schauen also bis halber halb zwei würde ich sagen aber auf jeden fall mal noch mal zwei stunden hier voll kannst das ganze bei youtube wieder schön hochladen haben wir gucken vielleicht schaffe ich es morgen doch noch system ich weiß noch nicht ja 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 3 klingt der wecker vor mir 53 da muss aber jetzt langsam mal ab in die falle so hier muss ich auf jeden fall irgendwie bisschen anders bauen kohle kohle hoch wir brauchen oben kohle machen wir das mal so gleich hier warum gleich jetzt haben wir noch ärmchen ja quatsch ärmchen drills erzförderer strom fließbänder ach da oben brauchen wir wieder flächchen das klutz macht die fließbänder hopp so jetzt klappt das ja so das verteilen wir schon mal das schon mal gut ich hab grad gedacht dass er loko geht ja das müssen wir dann eh nochmal umbauen ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt kommt der Bus nicht dran Gut, müssen wir gleich nochmal umbauen Ach, da unten sind wir auch noch dran Gut, müssen wir gleich Machen wir gleich, machen wir gleich Hier keine Hektik Zum ersten Mal nach der Energie unten gucken Nicht, dass die gleich keine Kohle mehr haben Jetzt könnten wir Entweder oder Wie macht man das? Machen wir den eigenen? Wäre eigentlich am besten Dann lassen wir den doch den einen Ja, so machen wir das Für oben die zwei Für Unser Strom jetzt erst einmal Ja, den einen Ach, da brauchen wir auch noch grüne Lass mal da machen Ja, dann tun wir die ersten Dinge Für die Fläschchen auf jeden Fall Gleich mal ein bisschen Automatisieren Für die roten Bromano-Kupfer- und Eisenzahnräder Weichte, weichte, weichte Einfach mal so professorisch Lass mal die zweimal hier arbeiten Ach, wie viel war das? Wie viel, wie viel, wie viel, wie viel 40, okay Machen wir mal ein paar Dauert jetzt leider ein bisschen Wobei In der Zeit können wir hier nochmal ein bisschen rumgucken Ich will da unten eigentlich noch nicht hin Erst wenn ich die Rüstung habe Das wäre mir eigentlich lieber Also die verstärkte Ein Dingensbummens hier Irgendwo, oder haben wir sie? Nö Ärmchen haben wir auf jeden Fall schon mal die schnellen Da haben wir schon mal die ersten vier Kaffee-Geld Danke Das war das, was du gemeint hast Ob du jetzt darfst Aber daran muss ich mich echt immer noch gewöhnen Ach Quatsch, ich brauch schon gar nicht rauszuholen Das war das, was du mit mir Ach, Fläschchen. Guck mal, die sind auch schon fertig. Das tun wir dann auf jeden Fall automatisch machen. Ja, und eure Überredenskürze sind echt. Ja, ja. Ja, ja. Ihr habt lange auf mich eingeredet, dass ich das einrichte. Ja, und trotzdem ist es mir unangenehm.